Musik Also ich mache unterschiedliche Sachen. Also es gibt diese Walk-Act-Geschichten, das ist in einer bestimmten Figur durch die Straßen gehen, über die Straße gehen, mit Menschen in Kontakt kommen, irgendeine Geschichte vielleicht aufzubauen, die sich ergibt, wo die Leute einem das entsprechende Futter geben, weil sie eben auf die Figur an sich schon reagieren. Also einen Garant für Aufmerksamkeit gibt es nicht, wobei ich aber eigentlich immer darauf achte, dass man nicht da in Pullover und Jeans irgendwie rumsteht, sondern die Kostüme eigentlich schon eher so sind, dass die Leute zumindest gucken. Und je aufwendiger oder je skurriler eine Geschichte ist, umso mehr gucken die Leute. Meistens bin ich ungeduldig und mache also den ersten Schritt, um denen auch ein bisschen den Bogen zu ebnen, dass irgendwas passieren kann. In Walk-Act-Geschichten hat man fast mehr und intensiveren Kontakt zum Publikum, als wenn man eine Show macht, auch wenn ein Publikum mit eingebunden wird. Aber es ist halt direkter. Es ist so face to face. In einigen Figuren ist es bisher auch so gewesen, dass man ernst genommen wird, als eine etwas schräge Person, die ein Problem hat. Und dann wird einem geholfen. Und es kann auch sein, dass man als die Figur, in der man dann gerade unterwegs ist, auch tatsächlich nur im Kleinen mit zwei, drei Leuten nur mal spielt und sich dann aber eben durch die Menge bewegt und quasi als Blickfang eher auffällt. Wenn ich mich schämen würde, dann würde ich das nicht machen. Also das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Man muss schon ein bisschen bereit sein, sich zum Kasper zu machen. Ja. Das war's.